Wir sind hier in der Shopping-Arena St. Gallen und das ist der 8Z-Shop, den wir umbauen haben. Seit Anfang 2022 machen wir sämtliche Elektroinstitutionen, in denen uns zuerteilte Swisscom-Shop. Damit helfen wir, dass der Shop digitaler wird und ein besseres Kundenerlebnis bietet. Unsere Arbeit über die Elektroinstallationen beinhaltet wird Austausch auf die Elektroverteilung, Austausch auf den UKV-REG und dazu die Installation von allen neuen Leitungen. Dazu wird die ganze Beleuchtung angepasst und neu installiert, damit der Shop besser ausgeleuchtet wird. Das Team hat jahrlange Erfahrung in der Elektrobranche und wir sind auf Rollouts spezialisiert, wobei wir auch auf Kundenbedürfnisse eingehen können und schnell darauf reagieren. Wir sind jetzt gerade in der dritten Woche vom Swisscom-Shop-Umbau in der Shopping-Arena. Die meisten bei diesen Projekten gefällt, dass wir ein ziemlich schönes und angenehmes Arbeitsklima haben. Wir sind in jedem Shop immer die gleichen Firmen dabei, mehr oder weniger auch immer die gleichen Leute. Man kennt sich jetzt schon seit anderthalb Jahren und arbeitet immer wieder zusammen. Und dadurch entsteht auch eine kollegiale Atmosphäre. Die ganze Übertriebnahme dieses Systems wie Kassen, Bildschirm und WLAN erfolgt durch die IT-Abteilung der Swisscom mit Unterstützung der einzelnen Techniker der Cablex. Ich bin momentan bei Cablex Field Service in der Abteilung seit etwa drei Wochen. Ich helfe hier die ICT-Infrastruktur einzurichten, wie zum Beispiel die Tablet-Wand hinter mir oder Fernseher programmieren. Mich macht es stolz, dass wir bis jetzt jeden Termin einhalten konnten und mit einer guten Qualität abliefern. Und am Schluss den Unterschied sieht, wie es vorhin aussehen und nachher. Bis zum nächsten Mal.